Die Raumfahrt-News im Überblick. Delta IV Heavy Metal hebt ab. Starship 25 absolviert Test. Indien tritt den NASA Artemis Accords bei. RFA startet auch aus Kourou. Roskosmos rekrutiert Soldaten für Ukraine-Krieg. Marsproben-Rückholmission der NASA wird mit 10 Milliarden Dollar so teuer wie James Webb. Parallelen zwischen Titan-Tauchunglück und Weltraumtourismus. Und die Sorge geht um, dass SpaceX auf Jahrzehnte uneinholbar vorne ist. Das und noch viel mehr mit allen Hintergründen klären wir heute in den YouTube-Raumfahrt-News. Herzlich willkommen zu Senkrecht-Starte, dem Raumfahrt-Kanal im deutschen Sprachraum. Mein persönlicher Senkrecht-Start der Woche. Senkrecht-Starte hat zum ersten Mal einen Award gewonnen. Und dann mit dem Fast Forward Science Award direkt in dem Wettbewerb für Wissenschaftskommunikation. In der Kategorie Tandem Award wurde unser Beitrag mit dem ZAHM in Bremen über Asteroidenschwerkraft mit dem zweiten Platz ausgezeichnet. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Umso mehr habe ich mich gefreut und das haben wir natürlich selbstverständlich ordentlich gefeiert. Den ersten Start der Woche hatte SpaceX mit einer Falcon 9 von Cape Canaveral aus an Bord der von Thales Alenia gebaute Kommunikationsathlet Satrera. Am Dienstag, den 20. Juni, ist von Taijian aus eine Langer Marsch 6 gestartet. Die Nutztast Xi'an 25 soll aus einem sonnensynchronen Orbit Erdbeobachtungstechnologie testen. Die Langer Marsch 6 ist vergleichbar mit der europäischen Vega, wobei die Langer Marsch 6 100% Erfolgsquote auf 13 Flügen hat. Die europäische Vega und Vega C in 19 Flügen drei Fehlschläge. Am Donnerstag hat SpaceX mit seiner Falcon 9 von Vandenberg eine weitere Ladung Starlink-Internet-Satelliten gestartet. Verschoben und daher kein Stream von mir, weil ich donnerstags dann unterwegs war? Die United Launch Alliance hat zum vorletzten Mal ihre Delta IV Heavy mit der geheimen Enroll 68-Mission gestartet. Wochenabschluss auf SpaceX mit noch einer Ladung Starlink-Satelliten, diesmal von Cape Canaveral aus. Gerade noch pünktlich zum Redaktionsschluss kam die Nachricht, dass die Marsprobenrückholmission der NASA deutlich teurer wird. Von insgesamt 10 Milliarden Dollar spricht Eric Berger von Ars Technica. Das ist so viel wie das James-Webb-Teleskop. Wo das Budget dafür herkommen soll, ist noch völlig offen. Grund für das Aus-dem-Ruder-Laufen eines der wichtigsten Raumfahrtprojekte bisher sind Fehlannahmen bei der ursprünglichen Planung. An dem Projekt ist auch die ESA beteiligt. Sie soll den Satelliten entwickeln, der die Bohrproben im Mars-Orbit im Empfang nimmt und dann zur Erde bringt. China plant übrigens eine ähnliche Mission. Ich gehe schwer davon aus, da wird es nicht am Budget scheitern. Bepi Colombo hatte seinen dritten Swing-By am Merkur. Die ESA-Sonde zum Merkur wurde in Zusammenarbeit mit der japanischen Yaksa entwickelt. Bepi Colombo soll die Geheimnisse des Merkurs erforschen, da er durch seine Sonnennähe relativ wenig erforscht ist. Die Mission wird wertvolle Daten liefern, um unser Verständnis über die Entstehung und die Entwicklung der terrestrischen Planete einschließlich der Erde zu erweitern. Drei Swing-Buy, das heißt Halbzeit noch drei Swing-Buy, dann wird Bepi so sehr abgebremst sein, dass er bei seinem nächsten Vorbeiflug dann in die Merkur-Umlaufbahn einschränken kann. Das ist für Ende 2025 geplant. Gelandet wird leider nicht, der Lander wurde 2003 aus Kostengründen gestrichen. Wenn euch das Thema Swing-By und die Beschleunigung und das Bremsen durch Vorbeiflüge interessiert, mein Video zum Thema, das verlinke ich euch unten in der Beschreibung. Hier eine Korrektur zur letzten News, also letzte Woche. Ich hatte fälschlicherweise gesagt, dass die Verschiebung des letzten Ariane 5 Starts mit Datenleitungen für die Booster-Separation zusammenhing. Bei Pyrotechnical Transmission Lines geht es aber tatsächlich um kleine Rohre oder Röhrchen, die die Detonation eines pyrotechnischen Zünders weiterleiten. So können der Zünder und der Raum, wo er wirken soll, räumlich getrennt sein. Vielen Dank an SpaceRacer für diesen Hinweis. Ein neues Startdatum für den letzten Ariane 5 Start steht jetzt mit dem 4. Juli fest. Die Rocket Factory Augsburg hat im Rahmen der Paris Air Show bekannt gegeben, dass sie auch von Kourou in Französisch-Guyana starten wird. Angepeilt ist das für 2025. Der erste Flug, der ist früher der RFA One, der soll aber von Schottland erfolgen. Durch die Geografie des Startplatzes in Kourou könnten zusätzliche Destinationen angeboten werden. Laut RFA können nun neben geostationären Transferbahnen, MEO und Direkt-GEO sogar Mond- und interplanetare Flugprofile angeboten werden. Durch den Start von Kourou, dem europäischen Weltraumbahnhof, der de facto aber von der französischen Kness betrieben wird, können nun theoretisch auch europäische institutionelle Nutzlasten befördert werden. Für sie war ein Start von EU-Territorium ja vorgeschrieben, was Schottland und Norwegen zum Beispiel ausschließt. Grundsätzlich finde ich das eine gute Nachricht, dass nun eben neben Isar Aerospace auch die RFA von Kourou aus starten dürfen. Mir macht ein bisschen Bauchschmerzen, dass der Startplatz eben von der Kness geführt wird und der militärisch-industrielle Komplex in Frankreich in den letzten Jahren keine Gelegenheit ausgelassen hat, gegen die Micro-Launcher zu ätzen. Auch sehe ich viele Fragezeichen für Kourou, wenn es um die großen Themen des New Space Geschwindigkeit, Responsive Space und kurze Wege geht. Da ist Kourou eigentlich ungeäugnet für. Da hilft zum Beispiel ein Blick in die USA und nach China, wo Satellitenfabriken direkt neben der Integrationshalle und die dann wiederum direkt neben der Startrampe geplant werden. Außer Europa betreibt übrigens niemand einen Startplatz am Äquator. Wer gute Raketen baut, der braucht nämlich eigentlich nicht zwangsläufig vom Äquator starten. Da sind andere Faktoren offensichtlich viel wichtiger, sonst würde das ja jeder machen. Fun fact, die erste SpaceX Falcon 1 ist übrigens von Quai allein gestartet, das ziemlich genau am Äquator liegt. Die Logistik war aber jedoch ein Albtraum. Die Falcon 1 ist aber auch nur fünfmal geflogen und davon auch nur zweimal erfolgreich. Wohin die Reise im New Space geht, das kann man auch daran erkennen, dass in den USA die FAA, also die Flugaufsichtsbehörde, die Luftraumbeschränkungen für Raketenstarts aufweicht. Hintergrund sind die immer zuverlässigeren Raketen, aber auch die häufigen Beeinträchtigungen des Flugverkehrs durch die hohe Anzahl an Starts. Das nennt mich optimistisch, aber es wird nur eine Frage von wenigen Jahren sein, bis die Regel, Orbitalraketen dürfen beim Start nicht über Land fliegen, ebenso aufgeweicht wird. Erstmal nicht über Land, sondern bewusst aus der Nordsee Polar nach Norden sollen zukünftig auch Raketen aus Deutschland starten. Darüber habe ich diese Woche intensiv mit Matthias Wachter, Chef der New Space Initiative von BDI, diskutiert. Wir waren beide Keynote-Speaker auf der SmartHoch 3 in Dresden, wo es neben smarten Materialien wie vor dem Gedächtnislegierung auch um New Space ging. Und das bringt uns zum heutigen Sponsor CyberGhost VPN. Ich war viel für senkrecht Starter unterwegs und wenn ich mich vor etwas ekel, dann sind es offene WLANs direkt nach öffentlichen Toiletten. Egal ob Handy oder Laptop, wenn ich ein fremdes WLAN nutze, dann möchte ich instinktiv einen VPN-Tunnel aktivieren, damit meine Verbindung verschlüsselt ist. Aber ich kann auch den Ländercode meiner IP-Adresse über den gewählten VPN-Server aktiv wählen und so von überall auf alle Inhalte zugreifen, selbst wenn Dienste geografisch geblockt sind. So kann man beispielsweise auf 40 verschiedene Streaming-Dienste zugreifen und Inhalte sehen, die sonst nicht abrufbar sind. CyberGhost VPN ist laut eigenen Angaben VPN Nummer 1 in Deutschland und mit meinem Link bei 2,03 Euro pro Monat unschlagbar günstig. Das beinhaltet eine Lizenz für sieben Endgeräte und wenn ihr nicht alle braucht, dann könnt ihr die Lizenz auch problemlos teilen. Über das Betriebssystem müsst ihr euch auch keine Sorgen machen, da CyberGhost VPN für alle wichtigen Plattformen eine passende App bereitstellt. CyberGhost ist dabei äußerst benutzerfreundlich und man braucht keine technischen Vorkenntnisse, um das Programm zu nutzen. Und CyberGhost verfolgt eine strikte No-Logs-Policy, das heißt, dass nicht mal CyberGhost selbst über eure Aktivitäten im Internet Bescheid weiß. 2,03 Euro pro Monat, da kann man wirklich nichts sagen. Probiert es einfach mal aus. Mit der 45-Tage-Deld-Zurück-Garantie habt ihr auch die Möglichkeit, es euch auch nochmal anders zu überlegen. Wenn euch CyberGhost aber gefällt, dann bekommt ihr vier Monate kostenlos dazu. Link ist in der Beschreibung. Kommen wir zu den ISS-News. Nachdem die letzten russischen Weltraumausstiege die Aufgabe hatten, das im Juli 2021 gestartete Nauka-Modul in Betrieb zu nehmen, erfolgte nach langer Zeit mal wieder ein russischer Weltraumausstieg, um wissenschaftliche Experimente auf der Außenhaut des russischen Segments zu tauschen. Anders als auf der amerikanischen Seite der Station, wo Außenexperimente in der Regel mit robotischen Armen ausgetauscht werden, wird dies auf der russischen Seite bisher noch klassisch mit einem Außenbordeinsatz durchgeführt. Bei künftig dafür auch verstärkt der europäische Robotikarm Ära und die Experimentierschleuse an Nauka eingesetzt werden sollen. Am Donnerstag, den 22. Juni, verließen um 16.24 Uhr MSZ die beiden russischen Kosmonauten Sergej Prokopjev und Dimitri Petelin die russische Luftschleuse Poisk. Während ihres sechs Stunden und 24 Minuten dauernden Außenbordeinsatzes entfernten die beiden unterschiedliche Experimente von der Außenhaut. Darunter ein Experiment für seismische Messungen, ein Experiment, welches die Einschläge von Mikrometeoriten messen soll und ein materialwissenschaftliches Experiment. Einige nicht mehr gebrauchten Experimente wurden während des Weltraumausstiegs geplant, gegen die Flugrichtung der ISS weggeschleudert. Dadurch werden diese Objekte nach einigen Monaten dann beim Übergehen in die dichteren Atmosphärenschichten verglühen. Später wurde noch ein Radioexperiment installiert. Der Außenbordeinsatz endete um 22.48 Uhr MSZ. Für Sergej Prokopjev war es bereits der siebte Weltraumausstieg. Apropos russische Raumfahrt, äußerst unerfreulich, wie ich finde. Laut der staatlichen russischen Nachrichtenagentur REA Novosti versicherte der Kosmonaut Oleg Nowitzki Wladimir Putin, dass er und seine Kosmonautenkollegen allen Anforderungen des Oberbefehlshaber zur Verfügung stünden, dabei auch explizit zu militärischen und Kampfzwecken. Weiter laut Eric Berger von Ars Technica würde sich die russische Weltraumagentur Roskosmos aktuell um die Rekrutierung von Soldaten für Russlands Krieg in der Ukraine bemühen. Ich kann mir schwer vorstellen, dass in den nächsten Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, ernsthaft jemand im Westen über eine neue Kooperation mit der russischen Raumfahrt nachdenkt. Bis auf den ISS-Betrieb ist man in den USA auch nicht mehr auf Russland angewiesen. Die NASA arbeitet aber auch gleichzeitig an anderen Allianzen. Indien und Ecuador sind die neuesten Mitglieder, die die Artemis-Akkords unterzeichnet haben. Gerade Indien ist da eine nicht zu unterschätzende Nachricht. Die indische Raumfahrt macht trotz sehr kleinem Budget große Fortschritte und hat ein sehr ambitioniertes Raumfahrtprogramm. Und vermutlich wird es nach Russland, den USA und China das vierte Land mit eigenen Crew-Kapazitäten werden. Indien wird voraussichtlich in diesem Jahr die deutsche Volkswirtschaft auf Platz 5 verdrängen. Und auch wenn in Deutschland die Töne sehr schnell in die Richtung gehen, die sollen sich doch erstmal um ihre Bevölkerung kümmern, bevor sie Raumfahrt betreiben, ist so ein Raumfahrtprogramm für die Selbstverständlichkeit oder das Selbstverständnis der Inder nicht zu unterschätzen. Indische Raumfahrt, spannendes Thema. Mein Video verlinke ich dir in der Beschreibung. Es war in allen Medien der Verlust des Tauchboots Titan und seiner fünf Passagiere. Mittlerweile haben wir die traurige Gewissheit, das Tauchboot Titan ist am 18. Juni unter der Wasserlast implodiert. Mein Mitgefühl ist bei allen Angehörigen. Als großer Titanic- und Schiffbau-Fan, der als Grundschüler U-Boote gemalt hat, die zumindest in meiner Fantasie auch zur Titanic tauchen konnten, kann ich absolut den Wunsch nachvollziehen, einmal an einer Tauchexpedition zu dem wohl berühmtesten Wrack der Geschichte teilzunehmen. Da geht hier mir die Geschichte auch besonders nahe. Ich greife das Thema nicht nur auf, weil es gerade viele Menschen beschäftigt. Ganz naheliegend ist ja, dass ein Tauchboot von seinem Konzept her einem Raumschiff schon recht nahe kommt. Auch wenn die Anforderungen natürlich komplett andere sind. Auf die Technik möchte ich hier nicht eingehen. Was genau zur Unglücksursache geführt hat und ob die teils haarsträubenden Geschichten, die aktuell die Runde machen, wahr sind, das wird eine Untersuchung ergeben. Ich möchte auf die Parallelen zwischen dem Geschäftsmodell und dem Service von Ocean Gate, das die Tauchmission der Titan vermarktet hat, und der Zielgruppe für Raumfahrtourismus eingehen. Die Klientel für diese Abenteuer, die ist vermutlich sehr, sehr ähnlich. Es ist daher bestimmt auch kein Zufall, dass eines der fünf Opfer vor dem Unglück auch auf einem New Shepard-Flug war. Der englische Geschäftsmann Hamish Harding flog mit Blue Origin NS21 am 4. Juni 2022 dem fünften Crewflug der New Shepard-Rakete. Nur zwei Monate übrigens bevor die New Shepard-3-Rakete einen Triebwerksfehl hatte und explodierte, wobei die Kapsel ohne Crew durch das Startabbruchsystem gerettet wurde. Damit ist Harding nach Glen de Vries der zweite New Shepard-Passagier, der relativ zeitnah nach seinem Suborbitalflug bei einem Unfall ums Leben gekommen ist. Wenn man sich die Lebensläufe dieser Abenteurer anschaut, die in den Marianengraben getaucht sind, suborbital oder sogar in den Orbit geflogen sind, dann sind diese Menschen auch größeren Risiken ausgesetzt. Nicht umsonst fragt auch eine Lebensversicherung vor einem Abschluss, ob ihr irgendwelche Extremsportarten ausübt. Da dieser Schlag von Menschen, ich sag jetzt mal verallgemeinert, hauptsächlich wohlbetuchte Männer um die 50, rein statistisch gesehen ein höheres Sterberisiko hat als ein gesunder 30-Jähriger zum Beispiel, scheint es nur eine Frage der Zeit, bis wir auch den ersten Sterbefall im All haben. Für so einen Fall gibt es auf der ISS Prozeduren und es ist, wenn man genauer darüber nachdenkt, ja eigentlich ein kleines Wunder, dass von den über 600 Menschen, die ins All geflogen sind, noch niemand in dem Orbit gestorben ist. Jedoch machen wir uns nichts vor, bei der Menge an Menschen, die ins All drängen, wird das mit Sicherheit in nächster Zeit passieren. Vielleicht sollten wir als Community darüber diskutieren und darüber nachdenken, wie wir damit umgehen. Bisher war die staatliche Raumfahrt extrem auf Sicherheit bedacht. Die Befürchtung liegt aber natürlich nahe, dass durch die monetären Interessen der kommerziellen Raumfahrt es vermehrt zu tragischen Fehlschlägen kommen könnte. Tragedien wie Apollo 1 hätten auch zu einem Abbruch des Programms führen können. Der Absturz der Columbia hat ja letztlich auch zum Shuttle ausgeführt, dass bei einem staatlichen Programm im Zweifelsfall weder Kosten noch Mühen gescheut werden, denn um die letztendlich im Staatsdienst befindlichen Astronauten zu retten, sollte außer Frage stehen. Übrigens haben sich alle Raumfahrt-Nationen verpflichtet, sich im Notfall gegenseitig beizustehen. Wie aber würde die Öffentlichkeit reagieren, wenn es um eine Multimillionen-Dollar-Rettungsaktion von Abenteuerlustigen im Orbit geht? Auch interessanter Vorstellung, was passiert eigentlich, wenn durch eine Privatperson ein unbezahlbares Labor wie die ISS nachhaltig beschädigt würde? Der aktuelle Weltraumtourismus ist natürlich irgendwie eine dekadente Erscheinung. Ich wünsche mir für die Zukunft der Menschheit, dass Flüge zu Mond und Mars irgendwann mal Selbstverständlichkeit werden. Da ist es vielleicht ähnlich wie mit dem Flugverkehr, der ja auch erst von den Superreichen genutzt wurde, bevor er deiner breiten Bevölkerungsschicht zugute kam. Trotzdem, die eben beschriebenen Fälle werfen rechtlich und politisch eine Menge an Fragen auf. Was für ein Gefühl hast du denn beim Thema Weltraumtourismus? Findest du meine Überlegungen übertrieben? Schreib mir gerne in den Kommentaren. Weltraumtourismus und Kommerzialisierung, das bringt uns zu SpaceX. Ihr erinnert euch vielleicht daran, dass ich im Dezember von einem ominösen neuen Projekt bei SpaceX mit dem Namen Starshield gesprochen habe. Die wenigen Informationen, die öffentlich dazu verfügbar waren, ließen den Schluss zu, dass SpaceX nun auch in den Satellitenmarkt für das Pentagon einsteigen möchte. Diese Woche hat mich ein Gastkommentar auf spacenews.com aufhorchen lassen. In dem Kommentar ging es um Starshield und einer anderen Verwendung. Hier wurden Parallelen zum iPhone gezogen. Durch die Bereitstellung eines funktionierenden Ökosystems mit dem iPhone kam es zu der Flut an Apps und Anwendungen für Smartphones. Und auch wenn das iPhone nicht das am meisten verwendete Smartphone ist, führt es mit dem App Store zu den mit größten Gewinnen in der Branche. Zwar pflegt Apple das Ökosystem, dafür erwartet Apple aber auch 30% der Umsätze. Starshield wird beschrieben als ein Ökosystem, in dem Nutzlasten oder Sensoren auf standardisierten Satellitenbussen platziert werden oder sogar die ganze Hardware komplett von SpaceX kommt. Dann gestartet von SpaceX und angebunden über Starlink von SpaceX. Das wäre im Prinzip so, als würde Apple nicht nur das iPhone und den App Store kontrollieren, sondern auch das Glasfasernetz, die Funkmasten und die Mobilfunkanbieter. Zu Recht stellt der Artikel die Frage, ob das Weltraumrennen jetzt schon entschieden ist und gibt der Politik und den Wettbewerbern die Empfehlung jetzt zu handeln, da SpaceX sonst auf Jahrzehnte ein Monopol besitzen könnte. Wie wahrscheinlich diese Vision ist, zeigt vielleicht auch, dass Matthias Maurer den Artikel auf Twitter geteilt hat und seine Besorgnis darüber ausgedrückt hat. Was meinst denn du? Unbegründet und Hirngespinst oder reelle Gefahr? Schreib mir gerne in den Kommentaren. Und was ging diese Woche in Boca Chica? Starship 25 konnte den letzte Woche abgebrochenen Cryo-Test mit anschließendem Test der Raptor-Turbopumpen erfolgreich beenden. Spin-Prime-Test nennt sich das Ganze. Das Starship 25, so aktuell der Stand, soll ja auf den nächsten Orbitalflugversuch gehen, dann auf der Spitze von Super Heavy Booster 9. Erst einmal steht aber ein statischer Feuertest für Ship 25 an, den erwarte ich für kommende Woche. Definitiv näher dran als der Start des nächsten Starships. Ja, die Starts der kommenden Woche. Am Dienstag geht es los mit einem Soyuz-Start aus Rostoczny. Am Donnerstag will Virgin Galactic einen suborbitalen Touristenflug mit Spaceship 2 durchführen. Und am Freitag könnte die Firefly Alpha einen neuen Anlauf in den Orbit versuchen. Und auch das spanische Start-up Payload will seine suborbitale Miura 1 auf ihren ersten Testflug schicken. Suborbital zwar, aber an Bord übrigens eine Nutzlast des Zahns aus Bremen. Die Woche beenden wird SpaceX mit der Euclid-Mission für die ESA gestartet wird von Cape Canaveral aus. Sehr wichtiger Start für die europäische Raumfahrt. Geplante Startzeit ist 17.11. MES-Z an dem Samstag, den würde ich gerne streamen. Hier noch einmal die Erinnerung, dass ihr mit meinem Link nur 2,03 Euro pro Monat für CyberGhost-HPM bezahlt. Link ist in der Beschreibung. Ja, ich hoffe, dir hat es wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Und mit dem Abo hier kannst du dir einen Platz sichern in der ersten Reihe für alles, was dann noch kommt in der Raumfahrt. Denn die Zukunft der Raumfahrt, die wird unglaublich. Hashtag Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mau.